Mountainbikes have come a long way since their conception and nowadays, they take an incredible amount of shapes and forms with suspension travel being a key aspect of every bike out there. Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten Mountainbikes-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen! Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Das Bergsteiger Kodiak 26 Zoll Mountainbike ist ein tolles Fahrrad für den täglichen Gebrauch und bietet eine exzellente Ausstattung. Das moderne Design und die hochwertige Lackierung machen es zu einem absoluten Hingucker. Mit einer 21-Gang-Schaltung von Shimano Tourney, Scheibenbremse vorne, V-Bremse hinten, Vollfederung, Ständer und Reflektoren ist es perfekt ausgestattet. Das Fully MTB eignet sich für Herren, Damen, Jungen und Mädchen ab einer Körpergröße von ca. 150 cm. Der Kundenservice von Bergsteiger ist erstklassig und immer für Sie da, falls es doch einmal zu einem Problem kommen sollte. Das Fahrrad wird zu 90% vormontiert geliefert und lässt sich leicht fertig montieren. Falls Ihnen wieder erwarten, dass Fully MTB nicht zusagt, ist der Rückversand kostenlos. Insgesamt ein tolles Fahrrad, das ich jedem empfehlen kann, der auf der Suche nach einem hochwertigen Mountainbike ist. Auf Nummer 4 Das Galano Jugendfahrrad ist ein robustes und vielseitiges 24-Zoll-Mountainbike, das perfekt für Kinder ab 8 Jahren mit einer Körpergröße von 130 bis 145 cm geeignet ist. Das Fahrrad hat einen leichten Stahlrahmen und eine Federgabel mit 60 mm Federweg, die für eine sanfte Fahrt auf unebenem Gelände sorgt. Die 21-Gang-Kettenschaltung ermöglicht ein schnelles und geschmeidiges Schalten, während die griffigen 24 x 2,10 Zoll MTB-Reifen mit grobem Stollenprofil für guten Griff sorgen. Die Wartungsarmen wie Brakes sorgen für ein sicheres Abbremsen. Das Fahrrad wird zu 85% vormontiert geliefert und ist schnell und einfach montiert. Insgesamt ein tolles Jugendrad, das viel Fahrspaß bietet und eine tolle Wahl für aktive Kinder ist. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3 Das Bergsteiger Kodiak 24-Zoll-Mountainbike ist ein tolles Fahrrad für junge Abenteurer. Das moderne Design und die hochwertige Lackierung sind absolute Hingucker und hinterlassen einen bleibenden Eindruck. Die exzellente Ausstattung mit der 21-Gang-Schaltung von Shimano Tourney, der Scheibenbremse vorne, der V-Bremse hinten, der Vollfederung, dem Ständer und den Reflektoren sorgt für Sicherheit, Komfort und Langlebigkeit der Komponenten. Der Kundenservice von Bergsteiger Fahrräder ist immer für Sie da, sollte es dennoch zu einem Problem kommen. Ein weiterer Pluspunkt ist die schnelle und einfache Montage, da das Fully MTB schon zu 90% vormontiert ist. Sollte das Fahrrad wieder erwarten nicht Ihren Vorstellungen entsprechen, ist der Rückversand kostenlos. Alles in allem ein tolles Fahrrad, das sowohl für Jungen als auch für Mädchen geeignet ist und eine Menge Fahrspaß garantiert. Bei Nummer 2 Das Galano GA20 Kinderfahrrad ist ein großartiges Mountainbike für junge Fahrerinnen und Fahrer. Mit einer Größe von 20 Zoll und einer Federgabel vorne bietet das Kinderfahrrad eine perfekte Kombination aus Robustheit und Komfort. Es eignet sich für Mädchen und Jungen zwischen 120 und 135 cm Größe oder ab etwa 6 Jahren. Die Siegengang-Schaltung des GA20 ermöglicht den Kindern schnelle und flüssige Fahrten, während die gut dosierbaren V-Bremsen an beiden Rädern für eine sichere Fahrt sorgen. Das Fahrrad besitzt schadstofffreie Griffe, einen bequemen Sattel und eine höhenverstellbare Sattelstütze, sodass das Kinderfahrrad eine Zeit lang mitwachsen kann. Das GA20 wird zu 85% vormontiert geliefert, was die Montage einfacher macht. Es müssen nur noch Vorderrad, Lenker, Sattel und Pedale montiert werden, ehe die Kinder losfahren können. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Das Bergsteiger Kodiak 24 Zoll Mountainbike ist ein erstklassiges Fahrrad für junge Fahrerinnen und Fahrer. Es ist perfekt für den täglichen Schulweg oder für Ausflüge in der Freizeit geeignet und passt für Kinder ab einer Körpergröße von etwa 135 cm. Das moderne Design des Fahrrads ist ein echter Hingucker und hinterlässt einen bleibenden Eindruck dank seiner hochwertigen Lackierung. Die exzellente Ausstattung des jungen Fahrrads Mädchenfahrrads umfasst eine 21-Gang-Schaltung von Shimano Tourney, Scheibenbremsen vorne, V-Bremse hinten, Vollfederung, Ständer und Reflektoren. Das Fahrrad bietet somit nicht nur ein sicheres Fahrerlebnis, sondern auch eine ausgezeichnete Kontrolle über das Gelände. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.